Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, also dieses Verfahren und die Argumentationen sind schon in der Tat ziemlich besonders. Aber zunächst mal das Gute. Ja, die Koalition hat erkannt, dass zusätzliche Investitionen notwendig sind. In der Tat ist es so, man kann die Stadt nicht weiter auf Verschleiß fahren. Wir haben das in den letzten Haushaltsberatungen beantragt. Wir haben zusätzliche Mittel aus dem Überschuss beantragt zu verwenden für Investitionen in den öffentlichen Nahverkehr, in bezahlbare Wohnungen, in den Erwerb von Anteilen der Wasserbetriebe. Das haben Sie brüsk von sich gewiesen. Es ist richtig, dass Sie hier eingelenkt haben. Und man kann sagen, besser spät als nie. Aber man muss auch sagen, damit sind mehrere hundert Millionen Euro für Investitionen verloren gegangen. Und sehr geehrte Damen und Herren, an der gefundenen Lösung gibt es eine Reihe von Kritikpunkten. Wir haben in der ersten Lesung darüber gesprochen. Und Sie haben in der ersten Lesung selbst, seit der ersten Lesung immer wieder erzählt und angekündigt und erklärt, ja, hier wird es Konkretisierung geben. Wir nehmen das auf. Wir werden das ändern. Nichts haben Sie erändert. Gar nichts. Zu keiner einzigen, nicht mal technischen Anpassung war diese Koalition in der Lage. Und das ist in der Tat ein Armutszeugnis für Ihre Handlungsfähigkeit. Und so bleiben die Kritikpunkte bestehen. Deswegen haben wir Ihnen einen Änderungsantrag vorgelegt. Ich will die wichtigsten Punkte benennen. Die Koalition möchte, dass dieses Sondervermögen abseits des Haushalts abgewickelt wird. Sie möchte, dass der Senat Vorschläge macht. Sie möchte, dass dann nur der Hauptausschuss diesen Vorschlägen zustimmt. Sie möchte einführen, Abgeordnete erster und zweiter Klasse an dieser Stelle. Und das ist wirklich ein Bärendienst für das Budgetrecht des Parlaments. Wir wollen, dass das Abgeordnetenhaus in Ausübung seines Budgetrechts, in seiner Gänze, zusammen mit den Haushaltsplanungen konkret entscheidet, wofür die Ausgaben aus diesem Sondervermögen für welche Investitionen verwandt werden können. Und Sie haben nicht einmal gesagt, warum Sie das denn nicht wollen. Sie finden unsere Kritik überzogen. Aber warum wählen Sie denn dieses Verfahren, wenn man ein anderes wählen kann? Warum gehen Sie denn den Weg von Abgeordneten erster und zweiter Klasse? Und das Argument ist doch wirklich nicht zutreffend, das Argument mit der Entsperrung von Mitteln. Das ist doch eine völlig andere Situation. Dort gibt es eine Veranschlagung auf Grundlage eines Abgeordnetenhausbeschlusses, eines beschlossenen Haushalts in Ausübung des Budgetrechts. Und über das Verfahren mit diesen veranschlagten Mitteln, darüber kann bei der Entsperrung der Hauptausschuss entscheiden. Aber über die Veranschlagung doch nichts. Eine völlig andere Situation ist an dieser Stelle damit überhaupt nicht zu vergleichen. Gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Schneider? Bitte, Herr Kollege Schneider. Lieber Herr Kollege Zillig, ist Ihnen denn bekannt oder ist Ihnen das in Vergessenheit geraten, dass der Hauptausschuss zum Beispiel auch sämtliche Streitfälle entscheidet, die im Portfolioausschuss möglicherweise auf Dissens gestellt sind? Und finden Sie das problematisch oder sollten wir diese Dinge dann hier im Plenum diskutieren? Also über das Verfahren in der Liegenschaftspolitik ist nochmal eine andere Frage. Wir sind in der Tat der Auffassung, dass man auch dort zu anderen Lösungen kommen muss. Aber das jetzt irgendwie in Anschlag zu bringen, weshalb man hier abweicht vom Budgetrecht des Parlaments, das kann ich nur in der Tat überhaupt nicht verstehen. Und natürlich ist ein grundlegender Kritikpunkt nach wie vor auch die Reichweite dieser Geschichte. Die Koalition möchte ein Mindestilgungsrecht, eine Mindestilgung hier vereinbaren. Wir wollen etwas anderes. Wir wollen, dass das Parlament jeweils konkret entscheidet, wie viel davon in die Tilgung fließen soll und wie viel davon stattdessen in Investitionen für die Stadt fließen soll. Das ist keine Absage an Tilgung, sondern es geht hier darum, das Recht des Parlaments zu erhalten. Und gegen dieses Mindestilgungsrecht sprechen auch zwei finanzpolitische Gründe. Erstens eine Tilgung von jährlich, wie sie in der Finanzplanung steht, von jährlich rund 100 Millionen Euro oder eine Mindestilgung von 80 Millionen Euro ist finanzpolitisch Unsinn. Das ist ein Schuldenabbaufahrt von über 500 Jahren. Eine Finanzplanung über diesen Zeitraum ist nicht seriös. Und zum Zweiten, jede unterlassene Investition, jede unterlassene Erhaltungsinvestition zugunsten von Tilgung ist in Wirklichkeit eine teure Form der Neuverschuldung. Und insofern ist auch dieser Punkt finanzpolitisch nicht sinnvoll. Wir wollen, wie gesagt, keine Absage an die Tilgung, sondern wir wollen das konkrete Entscheidungsrecht an dieser Stelle. Ein weiterer Kritikpunkt, den Sie korrigieren wollten, haben Sie nicht. Sie beschränken die Ausgaben aus dem Sondervermögen auf Erweiterungsinvestitionen, auf Neubau und ausschließlich für den Zweck wachsende Stadt. Wir finden, es gibt andere Investitionen, die notwendig sind in dieser Stadt. Es gibt andere Investitionen zum Erhalt von Infrastruktur. Es gibt keinen Grund, dies so zu beschränken. Und vollkommen absurd wird es dann wirklich bei den Multifunktionsbädern. Das muss man auch wirklich mal sagen. Also ein Begriff aus einem Bäderkonzept, was der Senat seit einem halben Jahr nicht vorlegt, hier als Ausgabebegrenzung vorzunehmen, ist wirklich vollkommen absurd. Und liebe Kolleginnen aus der Koalition, lassen Sie sich nicht vormachen, dass in irgendeiner Form der Änderung der Antrag, der hier eingebracht wird, irgendeines dieser Probleme löst. Nichts löst er. Er formuliert nicht viel mehr als ein Berichtsauftrag, den wir gestern schon im Hauptausschuss ausgelöst haben. Er ist nichts weiter als überflüssig. Und sehr geehrte Damen und Herren von der Koalition, Sie hatten ja nicht mal die Kraft, den verräterischen Satz in der Begründung inzwischen zu ändern. Und deswegen zitiere ich den auch noch mal. Da steht, wir werden daher auch zukünftig sparsame Politik gestalten. Und sehr geehrte Damen und Herren, die Handlungsfähigkeit der Koalition in dieser Farce von einem Gesetzgebungsverfahren zeigt, diese Koalition hat in der Tat neuer Bürgermeister hin oder neuer Bürgermeister her den Haushalt an Gemeinsamkeiten aufgebraucht. Und wir müssen, die Stadt muss sich tatsächlich darauf einstellen, dass auch zukünftig nur sparsam vom Instrument der Politikgestaltung Gebrauch gemacht wird.